Globox You're a I'm You're a I'm Oh Das war's für heute. Ich muss los, das Gart ausdrehen. Ja. Melee, melee, unbekanntes Flugobjekt aus einer fernen Galaxie. Identifizieren Sie sich. Ich wiederhole, identifizieren Sie sich. Schieb, schieb. Schieb, schieb. Ich muss noch meinen Joghurt aufessen. Schieb, schieb. Ich bin ein, der sie verraten Sie von Schwerden. Ja, ich bin ein, der Sie von Schwerden, schieb. Ah, ich bin ein, der Sie von Schwerden, schieb. Ja, ich bin ein, der Sie von Schwerden. Ja. Ja. Mayday, Mayday, unbekanntes Skook-Objekt auf einer fernen Galaxie. Identifizieren Sie sich. Ich wiederhole, identifizieren Sie sich. Ich muss los, Holz hacken. Oh, schnell! Echt nett hier. Findest du nicht auch, Raven? Es gibt sogar Pflaumen. Ich liebe Pflaumensaft. Ich liebe Pflaumensaft, solange er vergoren ist. Was für ein Spielverderber. Genieße deine Umgebung. Atme durch. Die Natur riecht so gut. Wenn ich hier durchatme, bin ich tot. Jetzt ist aber Schluss mit den Verkleidungen. Wir müssen dringend zum Arzt. Das war's. Hat es dir Spaß gemacht? Können wir jetzt gehen? Oh, geil. Mach weiter. Oh, ja. Klasse. Du bist der Beste. Können wir jetzt gehen? Wieder daneben? Sag mal, hältst du dich bei Frauen auch so ungeschehen an? Ende. Das war keine Sekunde zu früh. Das war's. Ah! ...ehhhhh... Tolle Technik, da kann man nicht weckern. Aber wozu ist das alles? Dupe! 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 Ich muss noch mit dem Handschuhfach nachschauen. Dupe! 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 Dupe!